Okay? Okay? Die Karte finde ich auch ganz nett. Wir müssen verhindern, dass die Imperialen diese Rettungskapsel sichern. Nachdem schwimme ich raus. Ja. Höher Auflage. Oh, was ist denn? Das hat mich erschrocken. Oh, krass. Feindliche Einheiten geortet. Hinter uns. Ist das schön, wenn du jetzt kommen würdest, Marc? Ja. Ja! 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 Warnst du euch über den Nahkampf? Über den Nahkampf, ja. Die Imperialen Einheiten haben eine Rettungskapsel erbeutet. Oh, was ist denn hier? Noch eine Rettungskapsel gelandet. Ja. Sehr schön. Da geht's in den Rettungskapsel. Wow. Genauig. Wir gehen gleich an der Kapsel. Ich übernehme die Kapsel. Sehr schön. Ich gehe hier in die Höhle rein. Kommen wir uns da unten? Kommen wir uns da unten? Von hinten? Pardon? Bleib hart, Jungs. Bleib hart. Kommen wir wieder. eine ist auch eine ist auch nicht gemacht liegt jetzt unsere sachen daneben ok wir nehmen uns die nächste drei mann einer ist da noch an der kapsel an der kapsel jetzt nicht mehr noch einer erledigt waren zu viele übernehmen zurück ok Da kommt zwei... Sie sind doch zahlenmäßig überlegt! Ja... Was denn? Ja... Ja... Kaffee, haben wir? Ist bei dir am Handy irgendwas passiert, Ma? Was? Ist bei dir am Handy irgendwas passiert? Im Handy? Ja. Nö. Elender hatte am Messenger irgendwie, weil Facebook Messenger hat sie wohl ne Nachricht bekommen. Was ist er da? Ich bin hinter euch. Ich war jetzt auch nicht sehr froh. Zur Kapsel. Scheiße. Ah, die haben so. Wir haben die Kapsule am Mysterium verloren. Coutini! Rettungskapsel geortet. Rück zu ihr vor und sichert sie. Ja. Die Kapsule gelahren. Weint dem nicht! Rettung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unsere Scanner haben noch eine Rettungskapsel geortet. Wir sind gefallen! Puccini! Wo ist er denn? Autschen! Habt ihr sie noch eingenommen? Nee, ne? Ach, f***t euch, ey. Nein, nein, nein. Nicht in diesem Ton. Freuen sie dann, wir. Ich danke. Ich musste mich gerade mal aufregen. Es ging gerade halt nicht anders. Aber ich bin auf der Fremde, oder? Sie sind uns zahlenmäßig verlicht! Wir sichern die Rettungskapsel! Die Rettungskapsel! Ja, die Rettungskapsel! Sie sind die Rettungskapsel! Aber ich muss mal das, ich weiß nicht, warum ich hier. Ja, ja. Ergo was weiß ich, oder? Was? Weil ich mich wegen Ergo telefoniert habe? Pan Am Ach ne, Nordebis Pack dich Jawoll! Jawoll Jungs! Sauber! Sehr geil! das hat dafür dass sehr kurz war sehr viel spaß gemacht ich war letzter erster ist ja schön 38 habe ich noch nie geschafft ganz vorne mit dabei das hat spaß gemacht